Äh, je, je, also, je, ne, das ist die Geschichte, haben wir einerseits, aber das ist ja so ein bisschen auch wie Drama, das hatten wir schon bei D, ne, aber andererseits ist das natürlich auch, äh, Jastspiel, äh, Jastspiel ist nicht unwichtig für ein Theater, das ist ja auch der Teil, wo man Einflüsse von außen bekommt, ja, wo man sozusagen den Austausch mit der Theaterlandschaft pflegt, das ist, äh, Jastspiel, und natürlich auch, äh, darf man auch nicht vergessen, ja, die Jade, also, das ist immer schwierig jetzt mit meinem Gage, das ist sozusagen der Teil, wo man, ja, jetzt um die Kohle, das ist nicht unwichtig, weil, äh, man muss ja irgendwie leben, gerade im, äh, allgemeinen, äh, also, ich würde mal sagen, äh, als früher Leute angefangen haben, 1,4 brutto, ja, das war so der, das Anfänger ja halt von einem Schauspieler, das ist jetzt besser geworden, weil 1,4 brutto wäre mittlerweile nicht mehr Mindestlohn, deswegen haben die jetzt, äh, natürlich angezogen, anziehen müssen, ja, und sich immer schön gebrüstet damit, dabei ist das einfach nur der Mindestlohn, äh, die Jade, äh, naja, das dauert immer.